Was geht ab, Freunde? Euer Stefan hier und herzlich willkommen zu einem erneuten 10x 100k Pack Opening. Ja, ich hab gesehen, die EA hat wieder released. Die 100k Packs, Team des Jahres steht immer noch an. Und deswegen dachte ich mir, komm, wir haben bisher keinen gezogen. Und deswegen hauen wir jetzt erneut richtig auf die Kacke und hoffen, dass wir endlich mal einen ziehen. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben schon so viele Münzen verbraten. Da guckt doch der Storch. Und wir ziehen Berg. Vielleicht haben wir noch einen drin. Storage haben wir schon mal drin. Den packen wir auf die Transferliste. Ansonsten haben wir hier einen billigen in Form. Und dann kommen wir direkt zu unserem zweiten. Komm schon, einen in Form. Damit kann man schon mal starten. Damit kann man schon mal starten, Freunde. Und falls du auch noch Packs öffnen willst, keine Münzen hast, schau gerne unten bei unserem Sponsor. Nebel, beschreiben wir noch drauf, wenn es so Münzen. Peace and cards. Und wir ziehen, Oskar. Das ist nicht schlecht, Freunde. Da steigern wir uns auf jeden Fall schon mal. Oskar könnte noch was wert sein. Da machen wir gar nicht so dick. Minus. Oh mein Gott. Und Widic haben wir auch noch zwei in Form. Wir steigern uns. Gleich haben wir drei in Form. Vier in Form. Oder ein Team of the Year. Bis gleich. Wir haben gerade zwei Packs geöffnet. Und drei in Form. Das ist gut. Doch ist es nicht schön, Freunde. So, wir kommen zu unserem dritten 100k Pack. Komm schon. EA. Gib uns einen blauen Spieler. Carlos Tevez. Immerhin besser als das, was wir beim letzten Mal hatten. Carlos Tevez ist aber, glaube ich, auch nicht mehr so viel wert. Wen haben wir noch drin? Haben wir noch einen guten dabei? Ibabo. Und das war es auch schon. Ich werde schon wieder verrückt, Freunde. Komm schon. Komm schon. Da muss doch einer drin sein. Habt ihr schon einen gezogen, Freunde? Schreibt es in die Kommentare, ob ihr einen Team of the Year Spieler gezogen habt. Wenn nächstes Video online ist, dann ich nehme es gerade am Montag auf. Das Auge haben wir gezogen. Cavani. Haben wir vielleicht wieder? Ey, wenn wir wieder den Ball haben. Junge, Junge, Junge. Cavani wieder. Da blüht mir noch einiges auf. Aber wir haben leider keinen... Ne, Madre. Ey, alle wollten mal wissen, wie ich die ganze Zeit die Farben verändere. Das ist einfach nur, wenn man durch die ganzen Accounts wechselt. Komm schon, Freunde. Wir sind fast bei der Hälfte angelangt. Unser fünftes. Ich habe so viele Scheiß-Coins ausgegeben. Und wir bekommen einfach nur Jerome Boateng, Freunde. Meine Laune kippt wieder. Meine Laune kippt wieder. Boateng und die Hälfte haben wir einfach schon gezogen. Komm, legen wir ab. Legen wir ab. Und dann kommen wir zu unserem sechsten. Dann bleiben nur noch fünf Leiden noch übrig, Freunde. Komm schon, ein Nose-Pack. Scheiße. Ey, komm schon. Nein, ich will nicht verlassen. So, meine Nase ist zu dick, weißt du? Die kommt auch alles drauf. Komm schon. Komm schon, das kann nicht wahr sein. Wir werden auch, wir werden die Augen zumachen, Freunde. Wir werden die Augen zumachen. Oder komm, wir überspringen erst mal. Einmal überspringen wir. Wir haben Company drin. Wir haben Company drin. Haben wir noch einen drin. Komm schon, etwas Blaues. Muss aufblinken. Blinken. Ey, ich werde verrückt. Schon wieder Oskar. Das darf doch nicht wahr sein. Ey, die ganzen Brasilianer. Erstmal Neymar, dreimal jetzt. Oskar, immerhin haben wir hier nicht so groß Minus gemacht. Aber wir haben jetzt nur noch vier Packs, Freunde. Noch vier Packs. Und die werden wir genau jetzt öffnen. So, Freunde. Ey, ich kack ab, Mann. Wir haben nur noch vier Packs. Vier verdammte Packs, um ein Team-of-the-Year zu ziehen. Und wir bekommen Nasri. Leck mich doch am Arsch, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, wir haben nur noch drei Packs, Mann. Das kann nicht sein. Ich öffne so viele Packs. Einer zieht fünf Packs und bekommt einfach fünf Team-of-the-Year-Spieler. Und ich ziehe 20 und bekomme kein Eizig, Mann. Marco Reus. Geht doch. Wenigstens etwas, Freunde. Aber ich kann mich nicht mehr freuen. Ich brauche jetzt ein Cristiano Ronaldo, damit ich hier richtig ausrasten kann. Immerhin dieses Pack. Da haben wir noch ein bisschen was drin gehabt, Freunde. Und dann sehen wir uns bei den finalen zwei letzten Packs wieder bis gleich. Vielleicht, wenn ich mal die Fresse halte, kommt auch kein Blau. Und wir kommen zum letzten 100 K-Packs. Und wir ziehen die K-Packs. So, Freunde. Ich habe hier jetzt noch 600.000 Coins und werde jetzt runterziehen. Werd einfach runterziehen. Diese 15 K-Packs. Und wir ziehen einfach vor. Ich ziehe die Scheiße einfach magisch an. Ich kacke ab, Mann, ey. Oh mein Gott. Wir ziehen einfach komplett scheiße. Ja, Freunde. Ich habe jetzt über 650.000 Münzen noch mal rausgeballert. Wir kommen jetzt zum letzten Pack. Dann habe ich einfach keine Münzen mehr. Und ich habe so viele Münzen rausgeballert. Und wenn EA jetzt vor mir stehen würde, ich würde ihm einen Arscht geben, ey. Das fackt mich richtig ab. Ich habe so viele Packs geöffnet und kein Glück gehabt. Und deswegen bin ich jetzt ehrlich gesagt schon ziemlich abgefuckt. Egal, Freunde. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, dass ich so viele Münzen für euch geopfert habe. Und dann leider keinen gezogen habe. Aber tut mir echt leid. Das war es so weit von mir. Haut rein und ciao.